Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daddy Shop und im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben mal wieder die Spinnenskins drin. Die finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, aber ansonsten, ja, finde ich den heutigen Shop jetzt nicht so besonders spannend. Was dafür aber natürlich spannend bleibt, ist mein Jackpot Giveaway. Ich verlose ja aktuell gleich 40.000 V-Bucks, also so dreimal dieses 100€ Paket. Das sind insgesamt über 40.000 V-Bucks, die man da als Jackpot gewinnen kann. Bis morgen Abend könnt ihr dann auch teilnehmen, also wenn ihr hier den Jackpot gewinnen wollt und hier diese 40.000 V-Bucks haben wollt, dann müsst ihr einfach nur kurz in den Fortnite Shop gehen und dort Snoxy als Creator eingetragen haben, Snoxy für meinen Kanal und ein kleines Ian's in dran. Ich verlose das Ganze auch wirklich nur an die Leute, die hier Snoxy als Creator eingetragen haben, denn ich möchte euch ja damit was zurückgeben, dass ihr mich hier so krass supportet. Deswegen einfach nur Snoxy als Creator hier im Shop eintragen und wenn ihr das gemacht habt, gerne mal einen Hashtag Snoxy unten in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr schon den Jackpot gewinnen von 40.000 V-Bucks. Das ist das größte Giveaway, was ich je gemacht habe. Damit kann man sich einfach die nächsten Wochen immer alle Sachen im Shop kaufen. Deswegen ja, nehmt ihr unbedingt teil und dann starten wir jetzt auch schon mit dem heutigen Shop. Und zwar haben wir da auf der linken Seite heute erstmal weiterhin das drin, was wir auch gestern schon drin hatten, nämlich die Tiefsee macht. Leider ein ziemlich hässlicher Skin. Also mir persönlich gefällt der leider gar nicht. Ich hab ihn jetzt auch ein bisschen mehr gespielt. Auch der Backpack ist jetzt nicht so besonders krass. Leute, spart die V-Bucks lieber, holt euch da lieber was anderes. Wie zum Beispiel heute die Spinnenskins, die drin sind. Aber lieber nicht den Skin hier, auch nicht den männlichen Skin, den Tiefseeschrecken. Auch den finde ich leider eher nicht so nice. Kann ich also eher nicht empfehlen. Dazu gibt es noch die Hacke, die ich an sich ganz nice finde. Also ohne den Kranken fände ich sie richtig heftig. Also wenn sie einfach nur diese goldene Hacke wäre. 500 V-Bucks kostet das Ganze und ich spüre mal den Sound ab. Dazu gibt es dann noch den Nautilus-Gleiter. So schaut er aus. Leider nur am Anfang animiert. Am Ende bewegen sich nur noch diese zwei Tentakel vorne. Da ist er recht statisch. Ähm, ja, finde ich okay. Ist leider relativ laut. Also ist noch in Ordnung. Ich würde sagen, ist sogar das Beste von dem ganzen Set. Dann haben wir im nächsten Slot wieder mal die ziemlich nicen Spinnenskins drin. Das ist einmal der Spinnritter mit seinem Schild. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Genauso wie auch die Spinnfrau. Die finde ich sogar noch ein Ticken geiler als den männlichen Skin. Hat hier diesen Backpack auf dem Rücken. Beide kosten 2.000 V-Bucks und ich würde sagen, bevor man sich hier die neuen Skins da holt, diese Tiefseeskins, auf jeden Fall lieber einen von den Spinnenskins holen. Ich würde sagen tendenziell sogar die weiblichen wahrscheinlich. Ähm, das sind auf jeden Fall richtig geile Skins. Dazu gibt es auch noch die Hacke, der Netzfetzer, der reaktiv ist, wo sich hier so die Augen beginnen zu leuchten. Wenn man damit schlägt, genau, seht ihr schon. Und dann haben wir noch den Flugweber drin für 1.200 V-Bucks. So eine riesige Spinne. Das schaut auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ist ein nice Gleiter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Im nächsten Slot haben wir dann wieder mal den Rahmen drin. Ich denke, jeder kennt eigentlich den Rahmen-Skin schon für 2.000 V-Bucks hier immer noch mit seinem Backpack dazu. Dann die weibliche Variante davon, wo man noch diesen Gleiter, äh, diesen Gleiter, diese Trades hier dazu bekommt. Diese Federn. Schauen auf jeden Fall ziemlich nice aus und man bekommt sie einfach gratis dazu. Also sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ihr die Trades hier nice findet. Dazu gibt es dann noch die Rahmen-Hacke. Mit diesem Sound. Und als letztes noch den gefiederten Flieger für 800 V-Bucks. Beides ganz nice Sachen. Wobei ich sagen muss, dass ich den Gleiter, glaube ich, häufiger benutze. Also mit seinen riesigen Flügeln hier. Das schaut schon ziemlich cool aus. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch das Ganze hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und im ersten Slot haben wir dann den Spitzhanker drin für 1.500 V-Bucks. Eine sehr, sehr teure Hacke. Ist einer der ersten Hacken, die es überhaupt in Fortnite gab. Und ja, damals waren die noch nicht so heftig. Also sie hat keine besonderen Effekte oder so. Sie hat halt diesen Sound. Und ansonsten ist es einfach nur ein riesiger, verrosteter Anker. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Aber da gibt es deutlich geilere Hacken für einen günstigeren Preis. Also ich glaube, ich würde sie jetzt nicht so besonders empfehlen. Dann haben wir noch die Bette per Stufen weiterhin drin. Ich denke mal, die werden auch noch bis zum letzten Tag des Season, also die nächsten fünf Tage auch noch drin bleiben. Dann haben wir noch die Raufbeuteln drin. Immer mal wieder im Shop hier für 1.200 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung, aber jetzt nichts Besonderes. Dann haben wir noch den Elektroshuffle. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch die Hackerin für 1.200 V-Bucks. Würde ich auch eher nicht empfehlen. Ein sehr altes Skin. Und ich muss sagen, ich finde ihn jetzt vom Aussehen her auch nicht so besonders geil. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir noch den Pumpernickel. Auch eher so ein lustiger Tanz, aber ich muss sagen, für 500 V-Bucks ist der auf jeden Fall in Ordnung. Und das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Und als letztes, wie gesagt, nehmt unbedingt am Gewinnspiel teil, tragt gerne Snoxi als Creator ein und schreibt ein Hashtag Snoxi unten in die Kommentare, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich bin schon etwas müde, vielleicht hat man das gemerkt. Aber ja, ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen, nachdem ich das Video hier geschnitten und hochgeladen habe. Und dann hören wir uns mal wieder in aller Frische. Und bis dahin, macht's gut und hat rein. Tschüss!